Wir gehen mit der Mona jetzt einen Schritt weiter. Die Mona hat die Aufgabe, dieses Seil in drei gleich lange Stücke zu zerschnallen. Ohne, auf die kriegst du natürlich die Schere, auf und passt. Ich lege das einfach mal so, dass du da ganz schnell drei gleich lange Stücke draus schneiden kannst. Die Mona hat jetzt, vor euren Augen, eins, zwei, drei gleich lange Stücke. Mona, hand doch mal bitte deine Hände als Körbchen auf. Und mach's gut drauf, ne? Für den nächsten Tag brauche ich erstmal nur zwei der drei gleich langen Seilen. Mona, gib mir bitte zwei der drei gleich langen Seilen raus. So, gib mir mal eins und zwei. Mit diesen beiden gleich langen Seilen will ich so folgendes machen. Ich werde diese beiden gleich... So, also, ich werde jetzt mit diesen beiden gleich langen Seilen folgendes... Was ist los? Also, ich werde mit diesen beiden gleich langen Seilen und folgendes machen. Ich werde noch... Was ist? Ich werde noch was lachen, ich weiß nicht. Also, ich werde jetzt mit diesen beiden gleich langen Seilen... Also, ich weiß, genau, wir sind nicht gleich langen, ich bin länger als sie, das ist klar, ja? Aber ich werde jetzt mit diesen beiden gleich langen Seilen folgendes machen. Aber ich werde jetzt mit den beiden gleich langen Seilen... Freut mich jetzt? Okay, also wir machen jetzt mal weiter. Also, wenn die beiden gleich langen Seilen will ich noch folgendes machen. Was ist los? Bole, lasse! Bole, lasse! Bole, lasse! Bole, lasse! Bole, lasse! Das mache ich alle okay. Ich werde jetzt mit den beiden gleich langen Seilen folgendes machen. Ich werde nun diese beiden gleich langen Seilen... Bole, lasse! Bole, lasse! Das ist ja... Die beiden gleich langen Seilen... Die sind ja gar nicht gleich langen! Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Ich zauber hier die ganze Zeit nur und gleich langen Seilen, die sagen mir das noch nicht mal. Das ist jetzt aber... Die sind ja alle drei nicht gleich langen. Oh na, wie du warst das nicht? Ich hab dir doch irgendwie... Ich hab mir doch extra noch gesagt... Passt drauf auf! Ihr habt doch gesehen, dass ich mit der Mona drei gleich eine Seile gegeben habe. Sind die hier gleich? Ja, Mona! Wisst ihr, warum ich jetzt so gemein finde? Weil mit Unwaltsein sein kann ich ja überhaupt nicht weiterzaubern. Was soll ich denn jetzt machen? Wisst ihr, was wir machen? Die Mona hat sich mit Unwalt gezaubert... Und dann muss die Mona die Augen wieder gleich ganz zaubern. Aber diesmal lässt sie sich ein bisschen mit nach. Ich bin schließlich wieder zauber. Die gibt an und wird zu tun, als ob sie besser zaubern kann. So, okay, pass auf. Mona, wir pushen jetzt hin. Du kennst das aus der Schule, ne? Und legen die Seile erstmal so, dass sie hier unten gleich ganz sind. Ja? Dann habt ihr eins, zwei, drei, vier, zwölf und sechs Gleich gleich enden. Aber hier unten ist es ja so cool gleich, ist doof ne? deshalb kennst du einen Zauberspruch? Kennt einer von euch einen Zauberspruch? Was? Aber kann der aber schön aber leider voller Konkurrenz. Lieber und anderes Zauberspruch? Hokus, Hokus, genau. Dann sagst du, du nimmst jetzt hier einen Zauberschaften-Gast. Hobus, Hobus, Spillibus. Dreimal schwarzer Kater. Und das musstest du ganz fest auf das Sack. Ja, ich bin überholt wieder. So, und dann sagst du einfach hoch. Los. Ich will es wieder angehen, dass du jetzt sagst, du sitzt einfach Hobus, Hobus, Spillibus. Dreimal schwarzer Kater. Also mach doch nur ein. Einfach Hobus, Hobus, Spillibus. Dreimal schwarzer Kater. Ja, und dann sagst du einfach hoch. Ich weiß ja, dass du besser zaubern kannst als ich. Mann! Einfach Hobus, Hobus, Spillibus. Aber das hat ja gar nicht. Bei mir brauchst du ja gar nicht. Okay, ist egal. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Ich weiß ja, dass du besser bist. Ihr müsst jetzt alle absolut ruhig sein. Einmal alle ruhig sein. Nein! Alle ruhig sein. Weil ansonsten kann das Seil den Zaubersprung geführt. Und da kannst du ja auch nicht verwalten. Also alle ruhig sein. Alle ab und ruhig sein. Und jetzt sagst du ganz genau. Bokus, 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 Spillibus. Dreimal schwarzer Kater. Du musst schon richtig funktionieren. Du musst schon richtig funktionieren. Du musst schon richtig funktionieren. Ich glaub es ist einfach nicht... Es ist einfach nicht... Es ist doch nicht reise genug. Wir müssen das noch mal... Wir müssen das noch mal... Jetzt ruhig erstaunt ist es. Alles klar. Ich verstehe. Wir müssen das noch mal... Absolut der Ruhe bewahren. Und... Bokus, 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 Spillibus. Ich weiß... Jetzt weiß ich was nicht. Wir müssen das alle sagen... Bokus, 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 Spillibus. Ja? Also mal alle zusammen. Auf drei. Bokus, auf drei. Ich wurde vor 13. Ne? Eins, zwei, drei. Bokus, 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 Bokus. Das ist für euch. Hab geht's!